sehr gut so kommen wir weiter hier war es glaube ich so mit der münze können wir uns jetzt einen kaffee besorgen am kaffeeautomaten wird dir zeit mal ein bisschen kaffee ist schon spät so eine münze in den münzstitz können uns hier eine neue holen kaffee nein du hast ihn doch nicht getrunken ja hast du jetzt ach so ok jetzt müssen ja gut und was noch eine münze ich hoffe es geht es stand kein becher drunter das war das problem sind lang dort entlang zum telefon den haben wir jetzt noch dem gabel nicht nichts nicht sag nicht wir haben das jetzt verkackt so ein scheiß das ist nicht mehr tag oder erst den becher drunter stellen dann den kaffee muss jetzt den muss jetzt ernsthaft das ding wieder oh nein bitte nicht und w ja eine neue Münze beschaffen, ja gut da kommen die Münzen rein ich brauche eine Münze ja ja gut jetzt sind wir eine Klemme eine Münze wo kriege ich jetzt eine Münze her oh Gott muss den Spielstand jetzt nochmal neu laden das nochmal nachstellen ich meine jetzt wüsste ich was wir zu tun hätten aber dann müsste ich nochmal mit dem mit ihm reden lass es bitte funktionieren Telefon mit Gabel nicht pfuh ja gut dass wir vorher gespeichert haben nicht oh Gott ich finde hier wahnsinnig den Bohnendip hatten wir den müssen wir zu Peter bringen und dann ist Peter weg dann können wir den Stinktrink holen den Stinktrink müssen wir ausschnürfen dann haben wir den dann haben wir eine Fliege mit der Fliege können wir später noch was anfangen dann müssen wir zu dem typen Telefon und müssen dem nee dann müssen wir erstmal den Fernseher anmachen oh Gott ähm speichern ich speichere das trotzdem hier mal ab an dieser Stelle vorsichtshalber vorsichtshalber maßen so und jetzt gehe ich noch ein bisschen jetzt haben wir hier einen Speicher-Slot nein will ich nicht laden ich laden nochmal den Slot ok jetzt sind wir wieder am Anfang des Streams jetzt ist noch nichts passiert wir haben noch nicht den ok müssen wir das mit dem nee müssen wir nicht machen oder die Dialog am Lüftungs Lüftschacht müssen wir nicht mehr machen nein nicht dahin Edna oh Gott ich werde hier bekloppt in dem Spiel gehe zur Tür so als erstes müssen wir hier den Fernseher anschalten komplette Sonne noch mal am Schnellübergang Schnelldurchgang den Fernseher können wir jetzt umschalten benutzen willkommen bei den Börsenjus hier geht es nur um zwei Dinge kaufen und verkaufen na toll vom Regen in die Traufe ok kaufen verkaufen eigentlich braucht man ja jetzt nur die müssen es merken dass wir den Kaffee als erstes den Becher als erstes so runterstellen müssen wir eigentlich nur mit ihm reden als andere können wir später nochmal machen hallo hallo zu kaufen war das was sagst du kaufen 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 wie mal Juppie es ist ein Junge wie bitte okay das Telefon haben wir sehr gut stinktrink bräuchten wir auch noch das war das nötigste so erst mal hier was haben wir hier na komm na komm Inventar kannst du das Inventar nicht mehr öffnen oder was Mist das finde ich doch großartig der Hörer fehlt Inventar schön schön jetzt wirklich nicht mehr ein Tag oder so nehmen die DIP kann ich jetzt auf einmal das Inventar nicht mehr öffnen ach mensch gut den scheiß nochmal kann das Inventar nicht mehr öffnen okay jetzt kann ich das Inventar wieder öffnen Geido okay nochmal hier lang als erstes den Fernseher umschalten heute sehr entspannt diese Folge willkommen bei den Börsen News Ok so jetzt können wir dem ein nein raus hier mit ihm hier reden rede mit Juppie der hat sein Telefonhörer noch Hallo hallo kaufen was sagst du kaufen 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 sieh mal Juppie die war nur ein ein hol ein hallo bist du was alles ja verstehe gut hol bitte so wir haben ein Telefonhörer den Stingetink brauchen wir als nächstes ich hole mir erstmal die Münze einwandfrei heute alles Jupp Gabel was war das Münze ganz fokussiert jetzt ich nehme die Münze ich habe eine Münze Aufenthaltsraum so jetzt weiß ich zum Glück was ich machen soll den Bohnendipf bräuchten wir nochmal falscher Raum die Figur des Neurotikers also des schreckhaften Ok nehmen sollen was nehmen den Tipp und das hieß merkt wieder aus auch so eine Art Komplettlösung jetzt auch mal gut für den Part das nochmal schnell durchgehen jetzt blazt die ihnen ja hoch ein wenig als Komplettlösung so du kriegst den Bohnendipf weg ist er so und jetzt hätte ich gern mal Barmann ein aber net ein Stinktrink bitte einen Stinktrink ein wie nett nur es stinkt so einmal den auslösen jetzt haben wir die Fliege wieder und den guckt das Cocktail Glas Jo Becher so Münze Kaffee Becher jetzt haben wir hoffentlich Kaffee drin Kaffee sehr gut okay jetzt haben wir irgendwie alles jetzt sind wir wieder auf dem Stand wo wir vorher waren hier nochmal schnell die Wand bekritzeln dann haben wir auch alles wieder 1-2-1 sehr gut ich noch die Blumen schneiden wir haben auch optisch das alles wiederhergestellt warte hier rein und hier das hier sehr gut und drauf kürzeln sehr gut alles wieder auf dem alten Stand den Kaffee kriegt jetzt der Bienenmann können wir das mal wieder überspeichern speichern und hier jau sehr gut ja nicht so gut Das ist heute echt nicht mehr Tag, Lutz, da werden wir wieder Kaffeebecher Hier, ich hab dir einen Kaffee gebracht Sehr aufmerksam Lecker, ein Becher voller Ohrenschmalz Ja, darauf gleich mal ein bisschen was trinken Hab einen trockenen Hals Hab eine Stunde jetzt schon gestimmt Ich trinke mal ein bisschen was Angenehm hier Zwischen Stinktrink und Rundschmalz Kann man sowas besonders genießen Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken Klingt sinnvoll in meinen Ohren Dann lass es uns tun Ganz genau Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist Und weißt du wer das haben will Wer jetzt von mir Den Becher kriegt Den Droggelbecher Meine Vermutung hab ich vor ein paar Parts schon angestellt Dass das hier der englische Droggelbecher ist Ja Der Becher in den reingedroggelt wurde Poggi wird's nicht verraten Aber Ja Ich habe da was für dich Sehr gut ins Kriege Ist das zu fassen Deno-Dioness In Bernstein eingeschlossen Wie es sich gehört Genau das Was ich für meine Deno-Zuchtprogramme benötige Dürf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Hm Das einzige was ich entbehren kann Ist mein Ticket für den Wäschelift Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein mehnen Kommen wir ins Geschäft? Abgemacht Deal Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel Tja aber den brauchst du doch Jetzt kannst du den Kleiderbügel Jetzt können wir den doch bestimmt dem Adoman geben Weil der hat zum Beispiel die Nummer 1 Das ist die Nummer 3 Ah ok die Nummer 1 hat Hermante Entschuldige bitte Aber der hat Nummer 2 Brauchst du für dein Wetterexperiment Und wirklich den Kleiderbügel Ich habe hier einen der mindestens genauso gut ist Aha Und jetzt willst du tauschen Das wäre supi Na wenn es dich glücklich macht Danke Du bist ein echter Freund Okay wir haben den Kleiderbügel Nummer 2 Hervorragend Und damit können wir doch jetzt Sehr großartig Durch den Wäschelift hinaus Hallo Herr Kontrolle Ich habe mein Ticket Darf ich sehen Die Nummer 2 Du darfst passieren Nice Wir dürfen hinein Wäschelift Hallo Herr Mante Das ist der Herr Mante Das ist der Herr Mante Und ich beende diesen Stream Da kommt der nächste Ausgang An dieser Stelle Ja gut Jetzt sind wir in einem ganz neuen Bereich Wir haben einen neuen Bereich freigeschaltet Herr Mante getroffen Mit dem können wir noch am nächsten Part reden Und jo Na dann Ich würde mal sagen Du darfst mich nach oben So durch dieser Stream gefallen haben Wir machen im nächsten Stream Hier weiter Und ja Ich mache jetzt Schluss für heute Das war jetzt Das war genug für heute Ja Der ganze Das ganze kombiniere Und das neue machen Und ja Ich speichere das kurz ab So Spielstand überschreiben Ja Brauchen wir doch nicht mehr Zack Speichern Sehr gut Hat geklappt Na dann Ihr wisst was ihr zu tun habt Podcast hören Mein Kanal abonnieren Ja ich kann schon gar nicht mehr reden So fertig bin ich jetzt hier vor uns dieben Na dann Ja ihr wisst was ihr zu tun habt Habt einen schönen Tag Und man sieht sich im nächsten Stream im nächsten Part wieder Haut rein Ciao ciao Ja Sie haben uğで zwei Fox haben ест